So, Halli Hallöchen, Handsome Peter hier. Willkommen zurück zu Let's Play Risen 3. Oh, der verkauft auch Tränke. Haben wir hier nicht irgendwo so eine Trankbraustation? Also mit Erasmus müssen wir für den Reaktor sprechen. Habe ich auch in dem Part noch vor. Eigentlich sogar relativ am Anfang. So fangen wir hier irgendwas noch mit Löffel. Wow. Nee, nee. Nee, nee. Mit. Hä? Was war das denn? Aber hier, hier. Wie bin ich gerade? Ich bin gerade teleportiert. Okay. Rezept für, ähm, 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 Essenz. Was? Jägerwurzeln haben wir keine? Schwertdorn. Genau. Klang, äh, trau. Trank der Klingen. Davon machen wir sechs. Blutkappe haben wir nicht. Wir haben den Baumbürger. Überzeugung, Ehrfurcht. Okay. Ähm, wir brauchen... Drei Tränke der Überzeugung. Sechs Tränke der Ehrfurcht. Viele Tränke der Klingen. Drei Überzeugungen, drei Ehrfurcht. Nee, sechs Ehrfurcht. Drei Überzeugungen, sechs Ehrfurcht. Alles an Klingen. Alles an Klingen. Überzeugung und Ehrfurcht hat er gar nicht. Okay, dann nicht. Da, da, da. Komm, lauf, schneller. Faruko. Okay. Lalalalalala. So. Ähm, zwei Schwertdorn. Und das letzte ist das Schatten-Elixier. So. Genau. Überzeugung, Ehrfurcht und Klingen brauchen wir noch. Dann, äh, Prost würde ich sagen. Benutzbares. Machen wir es denn. Also, unser Nahkampf. Unsere List. Und unser Einfluss. Der geht jetzt einfach so in die Höhe. Also, Nahkampf haben wir auch voll. Geiler geht es eigentlich nicht. 105. Dann ist es... Ja. Können wir theoretisch was Neues vom Nahkampf lernen. Aber jetzt fehlt uns halt das Geld. Das heißt, wir müssen Sachen verkaufen. Das mache ich auf Screen. Ich muss noch einige... Oh. Okay, wir können das mit dem Reaktor gar nicht machen. Scheiße. Äh, gut. Dann nicht. Was wollen wir denn verkaufen? So Sachen, die wir doppelt haben, können wir einmal verkaufen. Oh, Stahlzug. Die Felle. Die Felle brauchen wir nämlich nicht. So, Öffchenschädel. Können wir auch mal ein paar verkaufen. Ich weiß halt nicht, was wir brauchen, was wir nicht brauchen. 140 Säuredrüsen. Alter, was haben wir alles gekillt? Naja, jetzt hätten wir wieder 4000 Gold. So, scheiße. Müssen wir auf Kila gehen? Was müssen wir machen? Die Nervensäge. Der Reaktor. Piratenallianz. Soll ich... Ich gehe mal zum Hafen. Ja, ich gehe mal zum Hafen. Ich will jetzt nur kurz dieses letzte Nahkampf-Ding lernen. Wo war denn das? Nahkampf? Du da. Ich bin noch nicht gut genug. Shit. Geist 60. Ja, wir haben Geist 40. Welts? Wer hat der hat? Ist was? Fuck. Wer bringt uns das bei? Ich muss nachdenken. Wer war es denn? Ach, unten in der Kneipe war es einer. Kurz Zeitgedächtnis. So, du sogar, glaube ich. Ja. Was Stichwaffen angeht, bist du nun beinahe so gut wie ich. Mehr als das kann ich dir nicht beibringen. Gut. Wie sieht es eigentlich mit unseren Fähigkeiten aus? Nahkampf. Haben wir alles? Schwerter. Und Hiebwaffen fehlt noch. Schattenjäger. Spinnenjäger. Piraten. Wo kann man denn das lernen? Ich will das alles lernen. Nahkampf. Wir müssen irgendwie so einen Nahkampf-Meister finden. Schürfer, Schürfer. Dieb. Jäger. Hm. Hm. Irgendwo muss es einen Nahkampf-Meister geben. Den müssen wir anquatschen. Weil ich glaube, wir haben alle Voraussetzungen für die Nahkampf-Sachen. Außer das Gold. So. Hallo. Ich habe ja schon von einem Bug erzählt, wo der Typ in der Luft stand und ich konnte nicht anquatschen. Ich habe mal... Ach, scheiße. Geht nicht. Gut. Dann reisen wir nach Kila. Dann gehen wir halt nach Kila. Dann mal los. Ähm. Ja, halt die Fresse. Bones. Ja, ja. Gnome gehören jetzt dazu. Patty? Deine Mannschaft ist schon ziemlich speziell. Die können sich alle nicht ausstehen. Wir sollten nur die besten Männer rekrutieren jetzt, wo die Hölle über uns hereinbricht. Wer sagt denn, dass es nicht schon so ist? Oh Mann. Das gibt ein hartes Stück Arbeit. Wie immer. Ich kann doch nichts dafür. Das war eine Quest. Ich habe Rum als Kiste geplündert. Gut. Dann haben wir unseren Schnitt auf Taranis gemacht, würde ich sagen. Okay. Auf Kila würde sie keinen hier anflirten. Hm. Was? Voodoo-Magier. Härtelehrer. Jäger. Schnapsbrenner. Alchemist. Nee, scheiße. Was wollte ich machen? Allianzen, das machen wir passiv. Oder gehen wir erst zu Eldrick? Warte. Kalador. Wir reisen halt so ein bisschen rum. Vielleicht kommt auch irgendwann ein Seemonster. Hey, hör auf. Ich denke, ich habe da eine Idee, wie wir hier auf Kalador Gold machen können. Tatsächlich? Ja. Ich hörte, die Leute hier haben eine große Taverne. Ich werde mich da mal umhören. In Ordnung, aber sei vorsichtig. Bin ich doch immer. Also, triff mich bei der Taverne. Vielleicht haben wir ja Glück. Bis später. Tschüss. Gerede in Kalador. Komm mit. Komm mit. Haben wir hier einen Nahkampfmeister? Jäger. Härtelehrer. Diebredner, Redner. Auch nicht so wirklich. Wo kann man denn die stärksten Nahkampfsachen lernen, ey? Taschendiebstahl. So, ich habe mich eurer Gemeinschaft angeschlossen. Das ist gut. Das ist sehr gut. Freut mich zu hören, dass unsere Reihen wieder Zuwachs bekommen. Wir haben es auch bitter nötig. Denn wie es aussieht, streifen neben den Schatten noch ganz andere Gestalten über diesen Flecken Erde. Ja, es ist gut, wenn mal wieder einer dazukommt und nicht alle wegsterben. Von welchen Gestalten hast du gesprochen? Das niederträchtigste Pakt, das man sich vorstellen kann. Plünderer. Während wir hier die Stellung halten, gräbt die Saubande nach dem Wissen der alten Hochkultur. Die grünen Feuerlocken wohl nicht nur die Rechtschaffenden an. Okay, wo soll ich die suchen? Wo soll ich nach den Plünderen suchen? Wahrscheinlich im Nordosten, ne? Ich weiß zwar nicht, wo sie sich verkrochen haben, aber ich weiß, wer es wissen könnte. Du meinst doch sicher Travis, den Tavernenwirt. Richtig. Der kriegt doch alles mit. Das Pack hat sich bei ihm sicher schon Mut angesoffen. Der kann dir bestimmt weiterhelfen. Gut, ich würde mir die Plünderen mal vornehmen. Gut, sei aber nicht zu zimperlich. Besser deine Klinge in ihrer Brust, als ein Messer im Rücken. Okay, die Prüfung der Gerechten. Sehr nette Quest. Du hast nett. Ja, wir haben was zu tun. Was ist Zaubersprüche lernen? Ah, wir können unser altes Wissen durch Zaubersprüche eintauschen. Und ah, jetzt bringt er uns auch Sachen. Ich möchte mehr Schaden gegen Dämonen verursachen. Okay. Okay. Unverwüstle... Runenmagie. Wir brauchen halt Gold. Wie kann ich bei euch aufsteigen? Mach dich nützlich bei uns. Ich werde dir alles anrechnen, was du für uns tust. Aber wenn du es wirklich eilig hast, aufzusteigen, dann solltest du Wilson helfen. Er hat sich selber eine große Aufgabe auferlegt, für die er eigentlich kaum Zeit hat. Hilf ihm bei seiner Sache und ich werde mir überlegen, ob du bereit bist, in den Rang eines wahren Dämonjägers aufzusteigen. Also, wir dürfen jetzt ein paar Quests machen. Hast du Zauber für mich? Ich arbeite schon seit Längerem an einem besonderen Zauber. Ich könnte dabei allerdings deine Hilfe gebrauchen. Es ist nicht ganz einfach und du hast nur einen Versuch. Wenn du es nicht schaffst, wird uns dieser Zauber wohl verwehrt bleiben. Äh, ich speicher. Was genau soll ich für dich tun? Ich habe erst letzte Nacht eine Beschwörung im Eisenwald durchgeführt. Dort habe ich sechs entsetzte Geister in einem stofflichen Zustand beschworen. Ich wollte mich allerdings zuerst besser vorbereiten, bevor ich diese Geister jagen gehe. Warum mit... Ich gehe einfach hin und hau sie um, so schwer kann das nicht sein. Ich gehe einfach hin und hau sie um. So schwer kann das nicht sein. Immer langsam. Ich will die Kraft, die ein sterbender Geist freisetzt, nutzen, um einen Zauber zu erschaffen. Aber es sind eben nur sechs Geister. Und ich brauche Energie von mindestens sechs Geistern. Die Beschwörung ist sehr zerbrechlich. Das heißt, sie dürfen dich nicht sehen. Wenn dich auch nur einer sieht, verschwinden sie alle. Dann haben wir keine Möglichkeit mehr, die Geister erneut zu beschwören. Okay. Blick der Schatten. Ich werde die Geister für dich jagen gehen. Alles klar. Aber denk dran, dass sie dich auf keinen Fall sehen dürfen. Wenn wir uns ihre beim Sterben freigesetzte Energie zunutze machen wollen, musst du wirklich aufpassen. Schleiche dich am besten von hinten an sie heran. Und stich zu. Hier. Ich habe noch etwas für dich. Benutze es. Damit ist es dir möglich, Schatten und andere niedere Wesen der Unterwelt zu sehen. Die Geister sollten dann aufleuchten wie die Lava-Schlucht. Damit du dich nicht von ihnen überraschen lässt. Cool. Was kannst du mir noch beibringen? Armbrüste. Yeah. Guten Magie. Yeah. Kampfmagier. So gut bin ich auch nicht. Scheiße, was brauche ich dafür? Magie 70. Ich bin noch nicht gut genug. Fuck, wir haben gar nichts mit Magie, ne? Ich möchte die Runen-Magie besser beherrschen. Okay. Hm. Okay. Hat sonst noch jemand Quests für uns? Dann sammeln wir die erstmal kurz. Oh, Connor schläft. Kannst aufhören zu schleichen. Och, Manno. Ich brauche hier bloß nichts. Ähm. Ich gucke mich nur mal um. Okay. Auch er kann mentaler Griff. Oh, also Telekinese. Astral-Sichten. Ah, von ihm können wir jetzt so Blicke lernen. Cool. Ich gehöre jetzt zu euch. Schön für dich. Aber, warte mal. Ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Im schwarzen Land hier auf Kaladau haben wir einige merkwürdige Quarze gefunden. Vielleicht gibt es auf anderen Inseln noch mehr dieser Quarze. Wenn du welche davon findest, bring sie zu mir. Ich werde dich angemessen bezahlen dafür. Das klingt doch mal, ähm, richtig gut. Was heißt denn angemessene Bezahlung? Ich werde dir jeden einzelnen Quarz abkaufen. Außerdem werde ich dich extra belohnen, wenn du mir viele unterschiedliche Quarze bringst. Mindestens drei unterschiedliche Sorten sollten es schon sein. Vermutlich musst du dafür auch auf anderen Inseln suchen. Ich würde mir die dunklen Länder hier auf Kalador, Taranis und Kila mal genauer anschauen. Wofür brauchst du die Quarze? Wir vermuten, dass diese Quarze die Kraft haben, das dunkle Land aufrecht zu erhalten. Durch das Entfernen dieser Kristalle erhoffen wir uns, dass sich das dunkle Land nicht weiter ausbreitet. Außerdem glaube ich, dass Quarze mit so einer Kraft für den einen oder anderen eine Menge wert sind. Gut, ich hab Quarze für dich. Schattenquarz als Goldquarz. Davon haben wir gar nicht so viel. Nur vier? Ne, fünf. Okay. Astralquarz und Schattenquarz. Und noch mehr Schattenquarz. Und noch mehr Schattenquarz. Dann lass mich mal zählen. Hm. Mindestens 15 Quarze und auch noch drei unterschiedliche Sorten. Das soll nicht unbelohnt bleiben. Hier, nimm dieses Care-Paket. Du wirst den Inhalt sicher gut gebrauchen können. Cool. Zeigen wir deine wahren Panselsmeisterschwert. Ey, auf jeden Fall. Das ist ein Paket. Paket, Paket. Versorgungskiste. Hast du das drin? 300 Gold. Knochensäge, Rohstahl. Oh. Guten Kristall. Knochen eines unschuldigen Äffchens. Gut. Dann würde ich sagen, ich verkaufe ein paar Sachen. Wie viel Gold haben wir? Na, nicht so viel. Also, ich verkaufe jetzt ein paar Sachen. Wir sehen uns dann wieder im nächsten Part. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Euer Henson Peter. Ciao.